Ja, liebe Aqua-Kollegen, es gibt bei uns auf den Kanälen immer mal wieder auch so besondere Leute und eine davon ist die Cicely aus der Schweiz. Das ist eine Aqua-Oma, die plötzlich die letzten Wochen nicht mehr aktiv war. Wir haben uns alle riesen Sorgen gemacht und wussten nicht, was los war. Jetzt haben wir mitbekommen, dass sie eine heftige Grippe hat und auf diesem Weg wünsche ich alles Gute, dass du dich schnell erholst mit deinem Mann zusammen und wir haben dich echt vermisst und freuen uns, dass du bald wieder über den Berg bist.